Liebe Zuschauer, trotz der sommerlich heißen Tage ist so einiges passiert in der vergangenen Woche. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge DOZ News. Brandenburg betritt mit der Erarbeitung einer Wolfsverordnung zum Umgang mit Problemwölfen bundesweit Neuland. Gestern wurde von Verbandsvertretern aus Naturschutz, Landwirtschaft und Jagd der erste Entwurf einer Brandenburger Wolfsverordnung vorgestellt. Er soll sicherstellen, dass künftig die Verwaltungen auf der Ebene der Kommunen, Kreise und des Landes rechtssicher und schnell auf kritische Situationen mit der streng geschützten Tierart Wolf reagieren können. Da sich die Jäger in Schleswig-Holstein bezüglich der Landesjagdzeiten Verordnung in ihrer Jagdausübung eingeschränkt fühlen, stellten sie 13 Normenkontrollanträge gegen die Festlegung der Jagdzeiten. Die Landesjagdzeitenverordnung des Umweltministeriums von 2014 setzt entgegen der Bundesjagdzeitenverordnung für verschiedene Wildarten eingeschränkte Jagdzeiten fest. Teilweise sind sogar ganzjährige Schonzeiten vorgesehen, wie zum Beispiel für die Elster. Die Jäger befürchten, die Wildschadensabwehr nicht mehr angemessen durchführen zu können. Wie Juris.de berichtet, lehnte das OVG Schleswig die Anträge vergangene Woche ab. Am Samstag wurde in Donaustadt in Wien spielende Kinder von einer Sau attackiert. Sofort ergriffen sie die Flucht und versteckten sich im eingezäunten Spielplatz. Mehrere Anwohner alarmierten die Polizei, sodass schnell eine Vielzahl von Beamten eintraf. Sie warnten die Bewohner, ihre Häuser nicht zu verlassen. Nachdem die Polizisten vergeblich versucht hatten, das Stück mit Diensthunden und Seilen einzufangen, wurde es zum Abschuss freigegeben. Ein Kobra-Beamter erlegte den Schwarzkittel, wie heute AT berichtet. Vergangene Woche meldete eine Frau der Polizeiinspektion Neu-Ulm eine rätselhafte Beschädigung an ihrem geparkten Wagen. Das Auto wies auf der Beifahrerseite ein Loch auf. Die Geschädigte war sich sicher, dass der Schaden innerhalb der 20-minütigen Abstellzeit ihres Fahrzeuges in der Augsburger Straße entstanden sein muss. Die Waffenexperten des Bayerischen Landeskriminalamts kamen zu der Einschätzung, dass es sich wohl um eine durch Jagdmunition verursachte Beschädigung handle. Mit dieser Tatsache konfrontiert, sei der Fahrzeugbesitzerin ein Licht aufgegangen. Die Frau Selbstjägerin soll ihre Jagdwaffe am Vortag bei der Erlegung eines Fuchses auf der Motorhaube des Fahrzeugs abgelegt und, ohne es zu merken, dabei ins eigene Auto geschossen haben. Ein Fuchs hatte sich vergangenen Freitag mit seinen Hinterläufen so in einem Zaun verfangen, dass er aus eigener Kraft nicht mehr aus seiner misslichen Lage kam. Die Polizisten wurden um kurz nach neun nach Menden in Nordrhein-Westfalen gerufen. Sie halfen Reinecke unverletzt aus dem Zaun. Anschließend flüchtete der Rotrock in ein nahegelegenes Waldstück. Wir springen nun wieder an den Schreibtisch. Herzlichen Dank fürs Einschalten und bis nächsten Mittwoch. Bis dahin, Weidmannsheil! ... ... Untertitelung des ZDF, 2020